Hallo, herzlich willkommen. Wie schon angekündigt im Titel, ich fürchte mal gerade meine Füße in die richtige Stellung zur Meditation. Entspanne mehr, erwarte nichts. Diese Meditation möchte ich dir empfehlen, wenn es geht morgens beim Aufstehen zu machen. So früh wie möglich und wenn du dich nur aufsetzt aus dem Bett, ohne jeden Gedanken hinsetzt und machst schon abends beim Schrauben gehen. Und diese Meditation ist heute mein Geschenk an dich und zwar entspannen. Mehr erwarte nichts. Dazu setzt du dich an einem Ort, wo du deine Ruhe hast, von allen möglichen Einflüssen und die Zeit bestimmst du selbst. Du kannst es per Uhr machen oder wie auch immer, ist deiner Einteilung überlassen. Und setzt dich an einem Punkt, dessen einen Stuhl, ich kann es dir nicht zeigen, aber es kann sich ja jeder vorstellen. Du kannst auch hinlegen, auf Vorsicht, dass du nicht einschleppst, dabei nochmal, deswegen sitzen auch ganz gut, allein im Stuhl oder wo auch immer, dass die Füße so normal hingewickelt sind und wichtig ist, dass die Hüfte ein bisschen höher ist als die Knie. Und dann zur Schulterbreite ungefähr die Füße auseinander, richtig am Boden, die Hände kannst du entweder auf die Oberschenkel legen oder so in den Schoß legen und setzt dich aufricht hin und setzt dich ziemlich weit vorne hin. Und zwar so, dass die Oberschenkel nicht aufsitzen am Bein, sondern dass du wirklich vorne, ganz vorne sitzt, so am Steißbein sitzt und es ist so die ideale Stellung, Sitzposition und wenn du noch nicht geübt bist, mach dir entweder irgendwo einen Stuhl, wo du hinten anlegen kannst oder jetzt bei mir hier, ich bin hier am Bett, wenn ich umfalten würde, lege ich nur im Bett, wenn man wegsackt und das heißt, dass da nichts fehlen kann. Also dann hast du dein Umfeld schon mal geschaffen und dann gehst du her und pendelst dich mal aus. Du sitzt da, probierst du mal ein bisschen auszupendeln, so, dass du direkt so am Steißbein sitzt, mach die Augen zu, bis zu deinem Idealpunkt, nicht von der Gewohnheit her, sondern vom Körper her. Alles entspannen, also es kann sein, dass du das etwas übelst, genauso machst du es mit dem Kopf. Du legst ihn mal hinten, mal vorne und dann pendelst du den Kopf aus. Und so auch mit den Schultern kannst du auch auspendeln, sodass dein Körper entspannt ist und du merkst dann auch noch diese Entspannung, wenn du so ripst, ein bisschen, dann merkst du, wie diese Entspannung auch an den Beinen alles ganz locker und dein zentraler Punkt ist wie so eine Kugel, musst du dir vorstellen. Sie füllen sich auch mal so an, wie du, wenn du auf einer Kugel sitzt und dann auf dieser Kugel pendelst du dich ein. Und dann, wenn du so eingewendet bist, jetzt schließt du die Augen und jetzt konzentrieren wir uns, konzentrierst du dich auf deinen Atem. Mach die Nase einatmen, schön, gleichmäßig. Den Bauchraum füllen. Kurz innehalten und danach ausatmen. Spür ruhig mit und hieb ein bisschen mit, so kannst du ruhig machen. Und das machst du ein paar Mal. Und dann konzentrierst du dich ganz kurz mehr so auf dein inneres Auge. Ideal ist, wenn du da so ein Licht siehst. Du musst aber dich mir nichts vorstellen. Das kommt ganz von selbst. Das kommt auch manchmal so wie so ein Kreuz, so ein goldenes Kreuz kommt jetzt bei mir. Mit Licht erfüllt. Und so lässt du dich ein bisschen fallen in die Leere, in die Stille, keine Gedanken. Und so, wenn du nichts siehst, ist es noch auch ganz gut so in einem absoluten dunklen, schwarzen Raum. Du kannst auch den Raum verdunkeln oder eine Meditationsbrille oder so eine Augenbrille aufsitzen, zum Schlafen. Dann lässt du dich eins in dieses Nichts. Erlaube es dir, alles von dir loszulassen. Auch dich selbst, dein Körper, in einen Raum, wo nur dein Bewusstsein existiert. Erlaube es dir, alles von dir, alles von dir, alles von dir. Diesen Raum, wo du ankommst, und du in eine Weile in diesem Raum bist. Nimmst du zwar vom Bewusstsein her, alles wahr, aber es ist nichts von Belang. Es zieht alles an dir vorbei. Es ist, wie es ist im Aus, denn du bist in dir innen und das andere Außen ist alles, wie es ist. Es spielt keine Rolle jetzt. Du willst einfach momentan alles loslassen und deine Ruhe haben, deine Stille. Und wenn du das eine Weile machst, über das, dir kann es passieren, dass du in diesem Raum, in diesem Augenblick, alles vergisst. Du kommst dann auf, bist wieder zurück in dein Tagesbewusstsein und sagst, boah, ich habe alles vergessen. Momentan, in diesem Moment, ist dir nur mehr eins bewusst, du hast alles vergessen. Du hast alles vergessen, wer du bist, wer du warst, was du fühlst. Du hast nur mehr dieses pure Bewusstsein, in diesem unendlichen Raum des Nichts. Und das wünsche ich dir, denn wenn du das das erste Mal erlebst, hab keine Angst, es wird dir nichts fehlen. Du wirst im Gegenteil, wenn du das erste Mal erlebst, in eine Glückseligkeit eintauchen und sagst, boah, das ist geil, das will ich jetzt immer haben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, tauche ein, nimm dir die Zeit und schenke dir einen Augenblick der Glückseligkeit. Bis zum nächsten Video, danke und tschüss.